Ich versuche mir selbst über die Pferopods! Ich glaube, die sind tot. Was ist denn das? Das ist so... Du schon wieder! Alter! Ja! Du hast dich nicht mehr berührt! Alter! Hm, das sieht schon so aus! Der Freemann wird nun beinrichtet in den benutzen der Pferopods. Jetzt werden Sie den Sheperd-Trent-Lion mit dem sogenannten Bunk-Mate. Der Freemann wird nun aus dem Bunk-Mod und einen in den Pferd. Der Freemann hat nun gut. Der Freemann kann auch seine Pläne, um spezielle Anzeige zu attacken. Schau den Training-Matekin und markiere ihn gut mit einem anderen Pferop. Der Freemann kann wieder überwachsen und alles überwachsen. Hey, hab ich den nun endlich jetzt! Ich will was mal an dich ja. Der Freemann hat seine Exzene in allen Dingen gewählt. Und jetzt muss der Freemann sein. Nova Prospector liegt nur drüber. Wir haben den Weg, was wir hier gelernt haben. Die Events haben die größte Kompens in dir. Ah, Linux oder wie die heißen. Weiß ich jetzt nicht mehr eigentlich den Namen. Das wirst du es wirklich cool machen, wenn ich den noch unendlich habe. Oh, da leuchtet mit Dunkeln. Ey, die folgen mir auch. Ist ja cool. Ich brauche das hier. Ich werde ja gar fest gegen Menschen. Weil die Viecher mir jetzt eh nicht schon mal anhaben können, kann ich ja jetzt nur gegen was anderes können. Ja, der Doof ist, die Dinge halten die natürlich fern. Ja. 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 Ja, wenn ihr hier seid. Ja. 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 Es drei sind so cox, ich glaube Con, ja, ja, deroisney wird nicht alles lecker ausspeln. ... und zu vertreten. ... und zu vertreten. ... und zu vertreten. ... und zu vertreten. Hm... ... da war ein M.I. ... und zu vertreten. Ich hab ihn schnell ausgeschaltet. Jetzt hat er er gedruckt. ... und zu vertreten. ... und zu vertreten. ... und zu vertreten. ... und zu vertreten. Ich würd ihn besser nicht weglegen. Da... ... die vielleicht bös auf mich sein können. ... und zu vertreten. ... und zu vertreten. Ok, lass mich mal durch meine Genmer. Da draußen kommt Kundschaft. Alter! Da hält ab! Die sehen aber cool aus, die Leute. Die vorigen waren... Es kommen immer neue. Das ist Schlau, die jeden mal automatisch an der M.I. ist. Jetzt wirst du gefressen. Ja, mit einem Schlag. Jetzt müssen das wieder vier sein. Im vorigen Gebiet wäre das besser gewesen, obwohl da tausend Stück auf einmal kamen. Oh, das ist immer richtig heftig. Schnell wie möglich hier durch. Greift ihn an, töten sie, töten sie alle. Oh. To get you see. No. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich muss erst mal erst den Jebiet hier rausbegehen. Scheiße, da kann man nicht durchschießen. Ich greife mich ja auch nicht an, das ist ja gut. Ich glaube, wir müssen irgendwie hier so durch, ja. Jetzt habt ihr verspielt. Wenn ihr meine Kinder angreift, ist euch da tot, gewiss. Ich kann nicht mehr machen, das ist was ich wissen. Na, kommt. Ja, das sieht ja nicht schön schlecht aus jetzt. Wow! Alter, die stürmen da... Ohohoho! Die sind hammered, Kleen. Aber schnell tot. Boah, da stürmen sie schon wieder dort durch. Boah, die wollen wir irgendwie. Das ist wirklich cool gemacht. Aber das ist schon mal gut gemacht, dass die wirklich automatisch angreifen, obwohl ich noch nicht mal so ein Dings werfe. Ohoho! Oh, meine Byattner, hier sind meine Bitte. Oh Gute die Macht hiernaus. Ich laufe nur zu den MGs, das dürfen sie nicht. Die schlachten wieder meine Kinders ab. Nee, du gehst in das MG.